Hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren video zur playstation 4 und zwar geht es heute um den ps4 dual shock back button attachment so nennt sich das ganze kleine feine stück was sony rausgebracht hat und netterweise mir hat zukommen lassen damit ich mir das ganze mal für euch anschaue bevor wir uns das anschauen werde ich erstmal ganz kurz vielleicht auf ein paar controller generell kommen was soll denn bitteschön ein back button attachment was das ganze macht ist relativ einfach ihr steckt das an euren controller und hat anschließend zwei zusätzliche knöpfe hinten zur verfügung das ganze ist natürlich extrem beliebt bei shooter fans ganz einfach deswegen nehmen wir hier farblich passend den rocket games controller dazu und zwar normalerweise nehmen wir mal call of duty als beispiel dass wir hier zielen und das bewegen zielen und wenn wir hier drauf drücken würden wir springen normalerweise aber genau es gibt mehr als genug custom controller die bieten hinten zusätzliche knöpfe hier sind es 400 zahlen statt nur zwei und dann könnt ihr halt einfach auf der hinteren taste hier einfach springen und können mit dem daumen hier drauf bleiben wer die hier also mit dem finger mittelfinger zeigefinger oder zeigefinger schmarrn aber mittelfinger ringfinger oder ähnliches könnt ihr springen und habt hier weiter die volle kontrolle das ist der normalerweise bisherige hintergrund ich selber persönlich habe einen weiteren hintergrund im verdacht und zwar in meinem video zur playstation 4 habe ich euch gezeigt dass wahrscheinlich der dualshock 5 controller hinten zwei tasten haben wird ihr könnt wiederum euren dualshock 4 controller weiterhin an der playstation 5 nutzen wenn jetzt aber hersteller daher kommen und diese beiden tasten mit funktionen belegen dann hättet ihr diese nicht und müsstet halt dann doch auf ein dualshock 5 zurückgreifen das ist bei mir so der kleine hintergedanke warum kommt sowas jetzt von sony weil die ps5 steht vor der tür und auf einmal kommt so ein backbutton attachment ist nur eine vermutung ist natürlich nur eine vermutung von mir wie gesagt wir haben sowas bei custom kontrollern en masse sehen wir das wir haben hier den rocket games controller mit vier palettes hinten die frei programmierbar sind dann haben wir hier zum beispiel als falls das beispiel nach und kontrolle auch dieser bietet backpilot an die sind hier von der ausdeckung her finde ich suboptimal denn wir haben hier ein hier ein und selbiges auf anderen seite um da auch auf vier zusätzliche tasten zu kommen dann schauen wir mal auf das racer stück auch der racer bietet vier verschiedene buttons allerdings sind zwei dieser vier buttons hier angeordnet eine extrem ungünstige stelle in meinen augen also ich weiß nicht also keine ahnung wer auf die idee kam hier hinten dafür zwei fantastisch große paddles auch schön und deswegen haben wir hier auch noch die xbox vertreter momentan liegen denn natürlich der standard xbox controller bietet hinten gar nichts ist ja immer mit einer der besten controller ist da jemand so verschrien der hat aber auch keine backpilot und dann gab es von microsoft den lite controller ein fantastisches stück technik meiner sieht schon sehr abgegriffen aus hat auch schon viele viele stunden auf dem buckel und dieser bietet sogar abnehmbare backpilot ich nehme mal raus vier stück können angebracht werden ich habe hier momentan aktuell zwei verbaut und dann hat man auch da die möglichkeit halt ja fronttasten hier hinten zu nutzen was mich auch zu der vermutung bringt wenn wir hier mal auf den standard ps4 controller gucken was mich auf die vermutung bringt dass wir zwei zusätzliche knöpfe hinten haben werden waren dualshock 5 ist neben den konzeptzeichnungen die es gab auch das dass sony meiner meinung nach mit seinem controller sehr innovativ umgeht wirklich sehr innovativ da muss ich sie wirklich loben ich bin kein großer fan des dualshocks 4 controller ich mag die asynchrone anordnung der sticks lieber und auch vom gefühl in der hand muss ich sagen bei mir persönlich bei meinen händen liegt dort ein xbox controller besser aber obwohl sie die bauform immer relativ beibehalten haben sie doch immer wieder ja wirklich innovative ideen natürlich beginnt mit dem share button den der xbox controller jetzt in zukunft dann auch erhalten wird dazu natürlich das touchpad nicht von spiel vielen spielern genutzt aber wenn genutzt wirklich genial also gerade zum beispiel nehmen wir mal der ist gone die komplette menüführung über das touchpad eine ganz tolle idee dann der lautsprecher auch eine sehr sehr coole idee jetzt habe ich sogar meine playstation eingeschaltet weil die möglichkeit hat einfach hier noch mal sage ich mal wie bei two player zum beispiel funksprüche hier auszugeben gibt es noch mal so und sonst so mehr im spiel sein feeling finde ich wirklich sehr sehr gut und auch die leitbar selten genutzt aber bei anderen zum beispiel hat sich spaß gemacht sie zu haben also sony versucht auf alle fälle immer neue wege zu gehen und dabei das alte design beizubehalten das ist auf alle fälle keine schlechte idee und so kommt sony halt jetzt mit dem back button attachment das ganze kostet normalerweise 40 euro ist erschienen jetzt gerade erst ja zum tag der liebe am valentinstag am 14 2 und ist sofort überall ausverkauft das bedeutet wenn ihr momentan aktuell einkaufen wollt ja dann sind die preise extrem angezogen da gibt es so 90 euro 100 euro also wirklich massiv überzogen also wartet lieber bis das ding wieder verfügbar ist so dann jetzt geht's ans angemachte wir schauen rein in das gute stück und guck mal was ist drin im karton der karton ist leer da ist nichts mehr drin extrem viel anleitung wahrscheinlich in 324 sprachen naja die strafe sprachen stehen schon hier vorne drauf es sind recht viele und hier ganz klein und unscheinbar das back button attachment so dann wollen wir mal so da ist das gute stück so sieht es aus hier ist auch noch eine folie drauf das heißt hier war eine folie drauf und mehr ist das nicht werden die natürlich gleich mal eine kontrolle anschließen wird dann natürlich hier in euren klinkenanschluss rein gesteckt und dann an diesen multifunktions port wie auch immer das am controller heißt das ding nie genutzt jemals wüsste ich nicht wofür und dann haben wir auch hier mit dem löchlein einen weiteren anschluss natürlich für euren klinkenanschluss so in die anleitung schauen wir ganz kurz rein ich denke mir nicht dass da so viel drin sein wird wir gucken mal irgendwo die deutsche sprache auf werkseinstellungen zurücksetzen gut das hört sich deutsch an anschalten drücken sie die playstation taste um den controller einzuschalten das ist super sahne hätte ich jetzt nicht so gewusst hier sehen wir schon welche möglichkeiten ha ihr habt was jetzt darauf legen könnt option r3 l3 r2 l2 r1 l1 natürlich das steuerkreuz rechts links oben unten und dann natürlich die vier standard tasten die können hier belegt werden das immer schon mal daran auf alle fälle und das ganze können wir halt auch mit einem profil individualisieren aber wie wir alle wissen anleitung sind für anfänger obwohl ich denke mal die werden wir wahrscheinlich sogar winter brauchen ganz einfach wegen den profilen aber jetzt werden das gute ding erst mal an du a shock 4 controller anbringen ich gucke gerade ist das hier mein abgegriffen aber das was mein neuer ich glaube das abgegriffene alter egal mal schauen wie gut er hineingeht ok mega easy mega easy sitzt sofort ich war ein bisschen ängstlich weil es gibt auch für den xbox controller von astro so ein anschluss der hier rein gehört und auch ich rein ist immer einfach aber das ding rauszubekommen noch mal einen wahnsinns teil so controller back button attachment ist angeschlossen der controller ist auch an weil die ps4 bereits an war zu dem zeitpunkt gucken wir mal und da leuchtet es auch da leuchtet auch schon wenn wir hier einmal kurz drauf klicken dann sehen wir hier momentan die zuordnung wahrscheinlich hier kreis und hier x und wenn wir das ganze hier ich habe es gerade kurz gedrückt gehalten dann können wir hier durchschalten welche funktion wir denn gerne hätten andere seite dasselbe und p1 natürlich profil 1 so wir machen das jetzt mal ruhig was legen wir uns hin ja wirklich kreis auf alle fälle mal gucken welcher seite möchte ich kreis haben hier möchte ich kreis haben kreis und auf den anderen legen wir uns kann ich mir denn r3 dahin legen ja ach war sogar gerade auf r3 wunderbar aber mit dem display natürlich hier wirklich eine feine sache muss man definitiv sagen das display ist schon cool ja r3 noch einmal drauf jetzt ist das gespeichert und belegt wie das ganze im einsatz sich sich natürlich anfühlt wie das dann im einsatz sein wird wie sich das ob es hier probleme gibt obwohl ich das nicht glaube aber vielleicht mehr sprachqualität oder so wenn man hier jetzt wieder sein headset anschließt das werde ich mir anschauen und natürlich auch wie sind die pellets ich kann es so schon mal sagen vom gefühl her wenn ich sie in der hand habe dann muss ich gerade wirklich in mich gehen löst es zu leicht aus oder das fast das ganze was ich drücken kann darüber gucken ich kann ja ab hier fängt an dass ich drücken kann löst recht leicht aus löst wirklich recht leicht aus muss man also ein bisschen vorsichtig sein mit den finger hinten da muss man sich wohl erst noch ein bisschen dran gewöhnen aber fühlt sich so schon mal wertig an ich schaue noch mal ob es mehrere profile gibt ob ich mir mehrere profile anlegen kann mehr als 1 das wäre ja auch sehr schön wenn ich dann was weiß ich halt ein rennspiel spiele und mir dann halt zum beispiel die schaltung drauf lege und hat im shooter mal gucken mit den profilen wie das hier war profile erstellen sie können bis zu drei verschiedene profile speichern so wenn sie im bildschirm eine sekunde gedrückt halten kommen sie in den programmiermodus und in der mitte sehen wir ja eigentlich welches profil das ist wie wechsel ich dann die profile wenn sie ein weiteres profil erstellen möchten klicken sie einmal auf die bildschirmtaste um erneut in den programmiermodus zu gelangen und klicken sie dann zweimal um das nächste profil zu programmieren ok schauen wir mal einmal geklickt nur profil 2 profil 3 und zurück zu profil 1 ja sehr schön vor allem wieder durch die anzeige ihr wisst immer an welcher stelle ihr wir sind wir sind es leider nicht von vorne dass wir hier auf die schneide switchen können wir müssen halt wirklich umdrehen hier wirklich angucken was passiert hier auf dem schirm der programmiermodus will ich nicht sein naja doppelklicken schönes doppelklicken wunderbar ok also so sieht es aus dass backbutton attachment für den ps4 controller ich werde das ganze jetzt mal in ruhe testen haben wieder ein paar runden cod reinschmeißen oder ähnliches und dann mal gucken wie sich das ganze spielt ob es zu schnell aus ist ob es richtig aus ist wo und wie da ja die mankos sind oder auch nicht das werde ich euch dann in einem weiteren video berichten ich hoffe das war so erstmal für euch interessant wenn eben so war würde ich mich natürlich darüber freuen mit einem daumen nach oben da lassen einfach ja ein like da lassen wenn es gefallen hat das ist super seine unterstützt immer so ein bisschen die videos ganz genau und natürlich wie euer abonniere wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt jetzt vielleicht tun denn richtig mit abo fühlt man sich schöner nein das nicht aber halt ist unterstützt mein kanal natürlich das ist immer ganz ganz wichtig natürlich daher und das kostet euch gar nichts und wenn ihr dann zusätzlich auch noch die glocke aktiviert habt ihr auch noch den riesenvorteil dass ihr bei neuen videos direkt informiert werdet ja ich verabschiede mich an dieser stelle von euch ja ich sage bis zum nächsten video wo ich euch dann erzählen werde ja wie es sich anfühlt das back button attachment ich sage bis dahin so long goodbye keep gaming euer goodie